jo leute war es gerade und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir auf meinem kanal ja ich bin swiss kogler und ja ich wollte euch nur sagen dass demnächst auch kein also auch nicht so lange ein video kommt jetzt auf meinem kanal denn ich bin jetzt sehr oft bei meiner oma und ja und ja ich bin halt nicht so oft daheim und bei meiner oma kann ich halt nicht so oft videos machen und jetzt ist das einzige video bei meiner oma ja ja wenn ihr mehr von mir sehen wollt dann schaut einfach auf tik tok vorbei wenn ihr ein video von mir sehen wollt wo ich mit einem link von der xbox fahren soll dann schreibt es in die kommentare und ja einfach bis zum nächsten video ciao